um ich werde mit Zauber benutzen oder meine Hele Bade okay hier ist meine Hele Bade glaube ich doch okay nein 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 böse 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 boah geil also das hat ich habe schon alle gemolchelt die ich für die Quest tot meucheln musste das ist ja cool ah ihr dreckigen Blutfliegen die Rache für... oh nein 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 böse 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 na komm doch so das war die Rache für mich ja cool das war die Rache für Gothic 1 na ich weiß nicht ob ihr bei mir Gothic 1 gesehen habt wenn ja wisst ihr Bescheid wenn nicht wisst ihr nicht Bescheid beziehungsweise ich kann es dir erklären also Gothic 1 wurde ich immer genervt von den Blutfliegen da ich mir und da in dem Sommer das gespiegelt habe da haben mich die normalen Fliegen im Zimmer haben mich so genervt ich hatte bestimmt an einem Tag fünf oder so im Zimmer und bin einfach ausgeflippt und dann habe ich es einfach alle mit dem Schlappen oder mit dem Buch getötet das hat mich halt so verdammt sauer gemacht dass ich dann entschlossen habe sie die Fliegen allgemein hier in Gothic Blutfliegen und im normalen Leben Fliegen also mein Erz... mein Erz... äh... meine Erz... zu meinen Erzfeinden zu erklären so jetzt habe ich es richtig... jetzt habe ich es richtig formuliert Grubutz okay um diese Quest hier mit dem... oh mir brummt der Schädel bist du jetzt zufrieden? war doch ein guter Kampf ja zumindest für einen von uns ich hau mich erst mal hin ja genau mach hier keinen Ärger geil dass wir jetzt hier noch doppelt nochmal Erfahrung kriegen okay dann reden wir nochmal mit Grubutz oh Mora du bist ein guter Kämpfer wie sagen die Assassinen du bist ein Sohn des Kampfes Mora Sohn des Kampfes ähm worauf wollte ich nochmal hinaus? ich weiß gar nicht mehr wovon ich geredet habe ja ach ja in die Quest von Mammuk das mit den Lurkerhauten heute das kann ich jetzt glaube ich nicht abgeben weil ich dazu ja Lurker mehr meucheln müsste und ich habe glaube ich schon so viele Lurker gemeuchelt dass es gar keine mehr gibt naja mach ich jetzt in vielleicht mal mach ich in die Schnittern dann gehe ich irgendwo hin wo es Lurker gibt das ist ja langweilig so für den sollten wir die äh Blutfliegen mochen glaube ich die Blutfliegen sind erledigt dann ist meine nächste Ernte gesichert hier nimm ein Paket Sumpfkraut Vater der Entspannung Vater der Entspannung cool was sind das ist das denn für ein geiles Paket können wir das nachher irgendwie noch in der Quest gebrauchen oh 34 klingt sehr gut äh Dumpfkraut Paket beste Ware aus Lago ich glaube die müssen wir irgendwie sammeln und dann nachher für teuer Geld verticken hört sich ganz geil an hat er noch irgendwas zu sagen du solltest dich jetzt besser um deine Sachen kümmern ja ja mach ich doch ok ich glaub dann mach ich mal einen Schnitt und dann guck ich mal ganz kurz in Murtana ob wir da irgendwo noch geile Scheiße äh noch ein paar Lurker finden weil sonst sagt mir ja Mabuk nicht wer das jetzt hier ist als Gefangener und dann müssen wir wahrscheinlich zu wie hieß der Typ Sasa Shakyork hingehen und mit ihm dann den Gefangenen befreien denke ich mal keine Ahnung naja gut dann Schnitt so Mabuk wir haben jetzt erstmal ich war jetzt erstmal in ähm bei Ardea an der Küste und dann noch bei Silden am See die Lurker zu suchen und ich hab sie gefunden Verflucht was willst du 10 Lurker heute und 10 Lurker krallen für dich bam hier sind deine Lurker Trophäen hey 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 danke man du hast es echt drauf was jetzt sag mir was du weißt was würdest du sagen wenn ich den Namen gar nicht kenne dann würde ich gar nicht sagen dann würde ich dir sehr sehr wehtun war nur ein Scherz man also pass auf der Gefangene ist einer der Wassermagier er ist ziemlich alt und sein Name ist Tja jetzt weißt du es aber sei vorsichtig wenn Fabio das rauskriegt sind wir beide dran Vatras ey Vatras war der in der in äh Korines war oder Satoras Satoras war der Anführer und Vatras ist der ich weiß wer der Gefangene ist wer dein Gefangene ist Geil sollen wir das machen? ich weiß gar nicht ich glaub ich speichere mal ganz kurz und guck mal was passiert wenn ich wenn ich ihm das so sage ich weiß wer dein Gefangener ist Mammuk hat es mir erzählt hohohoho du warst voll verschissen ich weiß wer dein Gefangener ist ach ja und was glaubst du wer er ist? Vatras der Wassermagier na toll woher weißt du das? es stand auf einer alten Steintafel ha ha witzig los verschwinde und mach dich irgendwie nützlich ach du bist ja doof störe mich nicht was ist das? hätten wir gesagt das wäre Mammuk gewesen das werde ich jetzt mal ausprobieren das müsst ihr jetzt noch ertragen tut mir leid aber so neugierig neugierig bin ich gerade tut mir leid ich weiß wer dein ach ja Vatras na toll Mammuk hat es mir gesteckt der Typ ist so blöd wie er dicht ist hm wenn ich ihn umbringen lasse habe ich einen Kämpfer weniger das kann ich mir nicht leisten ich bin von Idioten umgeben aber ich brauche sie naja zumindest habe ich einen Gärtner hä ich mach eine kurze Pause passiert jetzt gar nichts oder wie? lass mal verflucht du solltest dich jetzt besser verreißen na gut dann passiert da nichts dann werde ich jetzt mal ordentlich mit Shakyor reden steht da eigentlich die ganze Zeit hier oder wie ist das? hm naja gut der Gefangene ist Vatras einer der Wassermagier Vatras ist ein weiser Mann wir werden ihn befreien hast du sowas wie einen Plan? wir folgen dem Ruf des Löwen was genau heißt das? wir gehen hinunter und greifen sie an das ist mein Plan hört sich einfach an das ist das Gute an dem Plan er ist einfach er wird funktionieren ok aber wir haben noch diesen einen Typen der uns diese Baupläne geben wollte also glaube ich können wir die Quest noch nicht machen da alle abzumorcheln oder oder wie ist das? tja Katania wüsste es jetzt natürlich äh ich weiß es natürlich nicht tut mir leid gut dann denke ich mal haben wir in Lago alles geschafft außer jetzt natürlich ähm diese Silbos flauschige Träume dazu müssten wir ja dann nach Nordmar ähm ich denke mal wir können uns ich würde mir jetzt am liebsten erstmal die Stollen ansehen da vorne sind die ja da wo die Schakale waren die habe ich nämlich gemorchelt schon gemorchelt extra für euch ja klar jetzt ich mir noch eben noch so eine Keule Fleischkeule eine Fleischkeule wie eklig sich das eigentlich anhört eine Fleischkeule bitte na gut wir werden mal gucken was da hier abgeht ob da oh hier das Tor erstmal die Truhe öffnen oh Blitzschlag cool ob jetzt irgendwie Zombies sind oder so oder ob hier Gold oh Gold geil ich liebe Gold hm und ja 4 Goldbrocken hört sich da geil an und Eisenader die wollen wir auch mal eben plündern und schlagen und schlagen 10 Eisenherz das hört sich ja schon noch das hört sich sogar noch besser an und wieder Goldader ach ja Goldschirfen das ist so anstrengend ja haben wir ja schon hin wie ist das nochmal Jacken da gemacht eieieiei ist jetzt hier vielleicht was zum ausbuddeln oder so das wäre jetzt geil gewesen hier hätte ich mich ja wie in der Acken da gefühlt gefühlt hm irgendwie ist hier nichts weiter außer die Goldadern na gut dann werde ich diese Goldadern plündern dann sehen wir uns draußen weil das ist hier irgendwie ein bisschen langweilig ok dann bin ich jetzt mal wieder hab ich mich in der Benerei teleportiert weil in Lago gibt es ja soweit nichts mehr zu tun außer wenn wir jetzt hier noch mit Jacken da die da alles aufräumen beziehungsweise da das Fell besorgen für diesen einen Dicken und deswegen machen wir ja noch die Quest ähm warte wo war sie hier Minecrawlerjagd weil die Leute in der Benerei werden anscheinend hier von Minecrawlern bedroht und die werde ich jetzt nochmal ausschalten die müssten ja hier west westlich sein meinte er ja und da stand da in der Stadt der Questlock so na 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 ruckelt doch nicht so ach ja wir hätten ja wir hätten ja hier diese Typen gemorchelt sieht man ja an sieht man ja noch geil dass die sind das jetzt Leichen oder was ne sind immer noch die das wäre ja geil gewesen wir wären die jetzt total ausgetrocknet und so gewesen von Westen her hießen da sind überhaupt keine Crawler was labert der für ein Quark hier waren die Löwen ja klar der labert einfach nur Murks ich bin jetzt genau westlich von von Benerei und gar nichts hier da waren die Zombies glaube ich hm das ist ja mal scheiße verarsche uns einfach vielleicht vielleicht noch nordwestlich ein bisschen na ja schauen wir mal hm sind das dann wieder die Sandcrawler oder ah ne das sind wieder die Schakale okay das sind miesen fiesen Schakale ei 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 ich hatte eben richtig viel Schiss bekommen als ich die Löcher hart geholt habe ah da sind sie doch schon und dann ich glaube ich nehme ich die Hele Bade und da kam mir so ein Rudel Wölfe entgegen so mindestens 6 oder 6 Stück oder so die da einfach rumscheunerten boah mir wieder Schiss bekommen hä wo sind die ach da hinten ich dachte schon die wären unter der Erde oder so Sandcrawler lass mich doch in Ruhe oh man und den hier und den hier nein 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 böse 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 na 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 ach komm jetzt trau dich doch mal ein bisschen näher zu kommen ich dachte wir wollten uns besser kennenlernen waha nein solche Blyte Dates mach ich Blyte Dates mach ich nicht normal und den hier kann ich die irgendwie ausplündern oder hat man die jetzt gar nichts hier ne anscheinend kann man die nicht plündern ausplündern so wow und natürlich wieder 3 Stück auf einmal das ist wieder wunderbar nein 4 Stück auch geil nein du blöde Sau du bisschen härter angreifen hier oder bisschen schneller so durch Verteilung durchbrochen so Finger weg von mir hier jetzt rufe ich die Polizei tja guck dir mal blöd was uah nein wenn das hier schief geht dann werde ich bin ich echt sauer hier oh jetzt werde ich aber rennen hier weil das mag ich echt gar nicht wenn ich hier bedroht werde und ich mal einen Trank trinken kann ah super besser wow hab ich grad Schiss bekommen so wo ist dieses Viech da oben hä ist das hier regeneriert was wirst du denn für ne olle Kuh du oder war das hä haben die sich alle wieder regeneriert boah regeneriert ich glaub ich spinne hier stirb doch endlich oh meine Fresse was soll denn der Quark und dann wird das Schakale ey ich werde von allen Seiten angegriffen das ist echt schlimm so solche fiesen Säcke habe ich ja noch nie erlebt Kaktusblüte Kaktusblüte ah hier sind diese Blüten ok ich hab mich schon gefragt wo die überhaupt sind ok gut zu wissen kann ich ja gleich mal nach denen gucken weil wir haben ja auch noch eine Quest bekommen die Kaktusblüten zu suchen wird das ein Alchemisten hier boah wie viele sind denn das meine Fresse so na komm böse 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 so ok ich glaub ich guck mal nach dem Zauber irgendwie um den Helden aus nein ähm Fernhallung nein Flammenschwert rufen nein vergessen nein nein Blitzfischern nein nein da war doch irgendein Zauber den wir hatten für Gruppenher Gruppenhypnose das hört sich ja geil an ok Kampf freitstellen wenn es kann Telekinese Tiere rufen ich glaub ich mach mal Tierzähmen das hört sich ja geil an eben speichern vielleicht kann ich ja so einen der Minecrawler überzeugen mir zu helfen was sind so viele fuck so viele habe ich ja noch nie auf einem Stück gesehen ist ja heftig dasuseum die das ist ja jetzt rech wöch eigentlich aber ich ich dir mir die